die sehnsucht nach einem leben ohne corona treibt auch die stars um nicht nur petra gerster will der pandemie endlich adieu sagen können punkt punkt wird sich die coronalage 2022 endlich entspannen das wünschen sich auch die stars zum jahreswechsel wie eine promi umfrage von spot on news zeigt punkt punkt sorglos ohne corona autorin petra gerster 66 dass sich noch ein paar sturköpfe besinnen und sich impfen lassen damit wir der pandemie endlich adieu sagen können punkt punkt schauspielerin jasmina filali 46 dass wir alle einfach wieder netter zueinander sind diese pandemie hat mitunter die nicht so schönen seiten der menschen hervorgebracht und es würde mich freuen wenn wir wieder etwas gütiger miteinander umgehen würden punkt punkt entertainer bruce darnell 64 für 2022 wünsche ich mir dass wir wieder alle sorglos ohne corona leben können auf jeden fall gesundheit punkt punkt mehr coolness in unserem volk punkt schauspieler henning baum 49 ich wünsche mir neben weltfrieden nächsten liebe und einer größeren gelassenheit mehr coolness in unserem volk wenn es um andere meinungen geht vor allem die rückkehr des humors den wir uns die letzten jahrzehnte doch recht erfolgreich angeeignet hatten wäre eine sehr erfreuliche entwicklung er scheint stärker vom aussterben bedroht zu sein als die gorillas im rovenzori gebirge punkt punkt schauspielerin elena ulich 46 dass die pandemie endlich aufhört und dass meine familie gesund rüber segelt punkt punkt sänger silva gonzalez 42 dass wir die pandemie endlich besiegen und es wieder so wird wie früher und ich wünsche mir dass die familie freunde und alle anderen menschen gesund bleiben dass wir frieden auf der welt haben und unseren planeten und die umwelt für unsere kinder und enkel retten können und 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 und